Herzlich willkommen meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde und meine Minecraft-Freunde. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt hier auf dem Server seid mein-gott.net. Noch seid ihr nicht auf dem Server, aber dann joint auf dem Server mein-gott.net. Versucht den mein-gott.net und erlebt eine tolle Menge auf dem großen, bicken, dicken Server mein-gott.net. Ja, hier kann man eine ganze Menge erleben, zum Beispiel Gras ernten, also woanders machen, hier wieder zum Beispiel. Eine ganze Menge, wie ihr gesehen habt, meine lieben Freunde und essen könnt ihr das auch, wenn man das vielleicht essen kann. Aber vielleicht könnt ihr es später essen, wenn ich Hunger habe. Ja, meine lieben Freunde und wir werden hier wieder tolle Abenteuer erleben auf dem mein-gott.net, dem Server zum Liebhaben. Dann kommt mit, meine lieben Freunde, kommt mit. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier im Neta und wir machen ein kleines Event, also kleine Spiele. Wir holen alle Spieler hierher zu mir und dann, wer sich zuerst nach oben gebaut hat, bis zum Bedrock. Wir machen oben im Bedrock ein Loch. Wer das zuerst gefunden hat, hat gewonnen, meine lieben Freunde. Das ist doch was Tolles, oder? Was für euch alle, gemeinsam mit den Spielern auf dem Server. Dann wollen wir mal anfangen, meine lieben Freunde. Wir gehen jetzt erstmal ganz nach oben. Also hier hin. G, ähm, 3. So, sind wir ganz oben. Gut, wir sind ganz oben. Dann machen wir hier irgendwo ein Loch rein. Genau hier rein. Vielleicht noch eins, noch eins. Okay, jetzt müsste man durchkommen. Wann? So, fast. Gut. Ich glaube, das machen wir etwas mehr. So, dass man noch findet. So, so, meine lieben Freunde, wir tilpieren alle zu mir. Aber erstmal schreiben wir den Leuten, ähm, ja, was wir vorhaben. So, ich habe jetzt den Leuten geschrieben, wer sich zuerst durch den Bedrock durchgrabt. Also irgendwo ist da oben ein Loch, der hat gewonnen. So, meine lieben Freunde, dann kann man was Tolles gewinnen. Wir suchen mal was Tolles, vielleicht, ähm, mal, ähm, ein Zombiekopf. Und, ja, nee, ein Zombiekopf nicht. Vielleicht, ähm, Reparatur kann man gewinnen. Also, Reparatur. Reparatur kann man gewinnen. Reparatur. Wo haben wir Reparatur? Ähm, das brauchen ja immer viele Reparatur. Da. So, ach, kommt dann Haugenhörn noch was anderes mit drauf. Ähm, ist jetzt 5. Ist auch noch gut. Gut, die beiden kann man dann gewinnen. Und wer sich dann zuerst hochgebaut hat, der hat gewonnen. Tepia. So, kommen die jetzt da drauf? Achso, jetzt. Okay. Wo sind die anderen denn? Oh, der wäre all. AFK schon wieder, die Leute. Nur AFK. Wenn ich immer solche Events mache, dann sind die alle AFK. Nein, der hat keinen Tötet. Nimmt ab. Der muss nicht annehmen. Was ist hier denn schon wieder los? Blue Line auch schon wieder runter. So, wo ist denn das Loch jetzt? Da oben, da ist das Loch. So, ach, hier Blue Line. Zelda kommt glaube ich jetzt auch. Gut. So, Blue Line hat schon vielleicht verstanden. Da oben ist das Loch, ja genau. Da oben ist er auch gerade. Wer hat zuerst das Loch gefunden, da ist Kneid. Da müssen die erstmal suchen. Ja, wäre schön, wenn halt mehrere Leute mitspielen. Aber wenn man AFK ist, oder halt nur verschiedene Online-Site kommt, dann... Naja. Jetzt müssen die erstmal das Loch suchen. Mal sehen, ob die das finden. Der ist gar nicht so schwer zu finden. Einfach nur suchen. Einfach alles abbauen, ja, alles kaputt machen. Vielleicht findet ihr das ja... Blue Line ist ziemlich nah. Ihr sucht noch. Ja, die haben sich schon ein bisschen durchgegraben hier. Wir stellen da oben mal eine Kiste hin. GM1. So, Kiste. Da tun wir das mal rein. So. So. Hier sind sie. Die kramen immer weiter, ja, suchen. Und, äh, hier ist... Hier ist... Achso, das ist Blue. Achso, das sind nur Zelda. Achso. Gut. Er sucht das Loch noch. Er hat ein Loch gefunden. Er geht da hoch. Er hat... Er sagt den anderen Bescheid. Und er hat die Kiste. Oh, nice. Ja, meine lieben Freunde. Das war's. Und vielleicht finden wir noch ein paar neue Freunde, meine lieben Freunde. Äh, meine lieben, äh, Freunde auf dem Server vielleicht. Meine lieben Freunde. Die gehen ja hinter denen hinterher. Was ist das denn? Was ist hier denn los? Äh, wir wollen... Äh, Fleisch. Äh, wir haben keine Haut mehr. Wir brauchen Haut. Also, äh, der da vorne, der hat eine ganze Menge Fleisch. Den holen wir uns jetzt. Ja, dann holt den. Äh, der hat... Eine ganze Menge. Ähm... Warum gehen die da nicht hin? Hm, das verstehe ich nicht. Äh, wir sind schüchtern. Er hat Schwert. Ihr habt doch auch Schwert. Ja, aber er ist ein stärker Schwert. Stärker Schwert, was ist das denn? Äh, ein stärkerer Schwert. Alles klar. Guck mal, wie die alle hinterher gehen. Cool. Da können wir vielleicht noch mehr hinterher gehen, oder? Hinter ihnen. Äh, äh, ja. Das ist sehr gut, dass wir... Äh, wie sollen wir uns das alles teilen? Ich will auch noch, äh, Fleisch haben. Ja, ihr müsst ein bisschen aufteilen, das Fleisch, ne? Und dann so auf der Haut machen. Das wächst dann vielleicht nach an den Knochen. Ja. Wunden wachsen ja auch nach. Äh, ja, das stimmt. Ähm, äh, kannst du uns irgendwie weiterhelfen? Kannst du uns ein bisschen... Ja, dann gebe ich euch so ein bisschen Fleisch. Hier habt ihr ein bisschen Fleisch, Wizard-Skelette. Ja, wollt ihr denn noch mehr haben? Hier, kriegt ihr noch anderes Fleisch, was wir essen. Was wollt ihr denn noch? Äh, ja, danke. Äh, ja. Habt ihr jetzt Hunger auf den Pudding? Wie, habt ihr nur... Dann nehm ich das wieder weg, dann kriegt ihr gar nichts. Das ist ja blöd, meine Liebe, Freunde. So könnt ihr auch nicht miteinander umgehen. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. naja wie auch mal meine lieben Freunde wir sehen uns in der nächsten Folge und vielleicht finden wir noch bessere Freunde als Freunde die nur Fleisch haben wollen wir sehen uns heute rein, mach's gut und ciao